Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Double Dash Schrauben Ali von Nino Shicheno So, wir haben jetzt ein paar Tiere aufgehört und man natürlich auch weiter mit dem Spezialkarp So, und zwar mit DinoDino Dschungel Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt und mir wieder zuschaut Das ist doch schön. So, 3, 2, 1 und los geht's! So Ja, Leute, ich überleg' euch was So, jetzt ist es wieder gut. Habt noch kurz was überlegen, aber jetzt ist es wieder alles wie gesagt Ja, wir haben jetzt einen Party auf dem Webheim Spezialkarp mit bei dem Spezialkarp Am Ende gewesen und jetzt geht's weiter mit DinoDino Dschungel Aber jetzt richtig DinoDino Dschungel So, wir machen hier ne Kurve und da ne Kurve Ähm, jetzt bekommen wir mal ein Team Das ist ein falscher Block Den falschen Block schwerfen wir mal nach vorne Damit auch grad grad geworfen, nach dem Word am Sound Aber jetzt hört man ja nix So So Was kriegen wir jetzt? Einen grünen Panzer Schmeißen wir den Ende und damit ist auch die erste Runde Wende Den 8, 3, 8, 4, 7 Und da 3, 7, 0, 3 Sagen wir's mal so So, jetzt hier drunter Über den Dinosaurier Über den Dinosaurier Oh, über den Dinosaurier Oh, dabei gehen wir unten durch Ja, ist jetzt so egal So Wir haben eine Riesenbanane Die stellen wir natürlich hier vom Eingang hin Viel Spaß damit Wir haben schon wieder einen weiten Vorsprung, Leute Was ist denn das hier? Ich will mal eingeholt werden Das ist doch nicht schön So Die schmeißen wir alle zusammen ein Ein, ein, ein Und wir nehmen mal Didi Als Ja Als Teamhalter Sagen wir mal so Und der Cooper kann mal fahren Was ja auch Sinn ergibt Der Cooper kann ja fliegen Ja, obwohl Ne Ne Der bleibt ja auf dem Boden Schon weg Aber später gibt man Und Ein bisschen Unsinn Gleich Naja, egal So Wir tun mal hier die große Banane hin Und die kleine Banane schmeißen wir nach vorne Ähm Ähm Okay, Leute Das war knapp Ein bisschen zu gehen Einmal Wir tanzen wir auf dem Fahrrad spielen Das macht doch keinen Spaß, so Leute Das ist nicht schön Nö Ist es nicht Hm Oh, da hat jemand unten gestern Unten Ja Das waren die Babys Müsste sein Oder Spunwürde und Yoshi Kann auch Kann so nicht sein Und der grüne Panzer geht nach hinten Und damit haben wir auch schon geschafft In 2,25 4,29 So Damit kriegen wir ganze 10 Punkte wieder Und haben damit schon mal 20 Und geht weiter mit der nächsten Strecke Und ich muss noch mal kurz weit trinken So Jetzt kannst wir weiter gehen 3 2 1 Und los geht's Ja Geht Leute So Oh Ja Toll gemacht Ähm Sehr toll Ja Ja Was ist jetzt hier los In 6 Dann ist hier gut Wir sind auf 4. Platz Leute Mal gucken ob wir das wieder aufholen Ich denke mal egal So So Hat ich euch eigentlich schon mal gezählt Weil ich da runtergefallen bin An ein Stellrad Ich kann mir ja vorstellen Ja Aber ich weiß es nicht mehr Und zwar ich bin da mal runtergefallen Und Ja Ähm Ja Ich fahre unten an Also Also Vorm Ziel Vorrat nach Na keine Ahnung Auf jeden Fall da nicht gebildet Ich verliere es den 1. Soll einmal schwupps haben Dann passiert uns ab Weil du eine Runde vergessen musst Ja Schwer zu erklären Schwer zu erklären Schwer zu erklären nicht Aber Dumm war ein Schwupp Sagen wir zu So So Hier fahren Hier fahren Hier fahren Hier fahren So Oh wir sind erster Leute Äh ich warte Wann sind wir erster? Ach nein Dann brauchen wir uns das einen Gold hatten Oh ja War nur ein Luigi's So Wir kriegen Eine große Banane Mal gucken an die sich Ja Seht ihr euch Das ist unsere Banane Seht ihr Die haben wir von unten geschmissen So Und so Wie es fanden Da Ruhe 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 Hier rum Und dann geht es hier rum Oh aufpassen aufpassen Perfekt Da Einmal rein und nach vorne schmeißen Und dann da rüber Schaffen wir noch oder? Ja schaffen wir Perfekt Und ich dachte damals da kann man nur mit Pilz schaffen Aber man kommt da so rüber Einmal fällen unsichtbare Mauern Ne wäre auch scheiße Oh Bananen haben aber schön platziert Schön in der Mitte So Weil die mir fragen Wie können sie eigentlich so schnell die Bananen aufessen? Guck mal Den hier eigentlich ist eine volle Banane Und wenn er sie schmeißt Oder sind eine die zugeklebt wurde Eine Bananenschale Keine Ahnung Ja Na man so meint Ich weiß nicht Wunder wunder Aber die große Banane Die sieht doch aus Als wenn sie noch nicht gezogen wurde Dann ist das schon irgendwie Schale zu sehen Nein ist ja wohl egal Wer denn überhaupt der Fund mit Schale So gut was kannst Und so Einfach Wahnsinn Auf so denjenigen muss man erstmal kommen Ja Damit hat man schon eigentlich Wenn du auf sowas bekommst Dann groß wirst Dann hast du schon ein schönes Leben Oh 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 Okay Das war knapp Jetzt hab ich ihn gesehen So Dann ziehen wir hier noch eine große Banane hin Zack Und Den grünen Panzer werfen wir natürlich nach Vorne Ausgedrext In 3 23 2 5 1 Ah Mein Gott Trink ich heute vier Aber jetzt fängt kein echt noch nicht so lange Ich kann maximal eine Stunde Und dann ist mein Hals komplett weg Haben echt wie immer Blockaufnahmen von drei Stunden machen können Das ist mir ein Wunder So Nächste Strecke Leute Ringo Boulevard 3 2 1 Und Los geht's 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 8 10 10 10 10 10 100 12 100 5 100 10 10 20 12 31 32 48 25 55 aber ich mit einer hand schon hier nicht ob wir ehren nicht aber vielleicht gibt es ja mit schocktabend sammer baum da habe ich davon heute hast du deine verteidigung dann Da, hier, schmeißt du an, zack. So, zack, zack. Zack, ne, doch nicht, zack. So, dann sind wir auch schon wieder gleich im Ziel. Ne, quatsch, wir sind halt noch eine letzte Runde. Stimmt ja gar nicht. Oder doch, wir sind dann noch eine letzte Runde, oder nicht? Ne, es kommt echt noch eine Runde. Oh, ich dachte schon jetzt, aber na, egal. Oh, scheiße, das hat mir auch gepasst. Ja, ja, das ist schon schön. Wo sind meine Gegner? Ach, schuldig. Na ja, oder? Ne, so weit weg kannst du aber nicht. Baluigi und Bola machen da den Kampf bei zwei oder zwei. Ich muss aufhören damit, aber die Musik ist so schön. Oh Leute, ihr habt den auch nochmal gesehen. Aber ich glaube, das war gar nicht beabsichtigt. Wir machen jetzt nichts. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Und es geht in die Röhre. Was mir auch auffällt beim Zweispieler, die ganzen Figuren sind, glaube ich, auch weg, wenn man zu zweit spielt. Oder war noch ein Stern? Schade. Oh Mann, sind sie weit weg. Und ich frage mich, wenn man einen Mario Kart-Spieler hat. Was kommt zuerst? Schrecke oder Musik? Ich glaube eher Schrecke. Aber... 3,50, 8, 5,0 haben ich geschafft. Aber wenn ich mich frage, wie denkt man sich die Muster aus? Soll es korrig werden? Es gibt ja Millionen Möglichkeiten. Aber was ich mir mal wünschen würde, ein Mario Kart-Spiel, wo sich selbst Spieler sich eigene Strecken selbst erstellen können. Das wäre nochmal cool. Und dann auch Online-Modus, diese eigenen Strecken spielen. Ja, obwohl man könnte ja Punkte verdienen und wieder Punkte verdienen. Das ist auch so eine Sache, weil ich meine Karti mit den Punkten... Naja, ich bin gerade so bei... Und dann habe ich jetzt, wer sonst wären 7.300. Das höchste, was ich bisher hatte, waren 7.800. Aber dann geht's auch runter. Und ja, am Wettkamp-Rennen am besten habe ich jetzt zur Zeit... Keine Ahnung... 7.500. Vielleicht. Ich frage mich, was hat man mit 9.999 Punkten? Da bringt du eh ein Mix. Die Punkte sind eigentlich nur so da. Für was sind die Punkte da? Und ich muss aufhören. Oh Scheiße, ich muss aufhören. Darf ich nicht so viel quatschen? So. Oh, wir haben Tot und Toilette freigeschaltet, Leute. Oh, da war jetzt ein bisschen noch rumgeschrieben. So, wir machen im nächsten Part weiter. Wenn es Zeit ist, das letzte Majokat Double Dash. German Ade von Nino Shitenu. So, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part dabei. Und tschau!